Hallo bei GO WORK SWISS Ich möchte euch heute etwa ein bisschen NEWS durchgeben, nur weil gleich bei diesem Wort NEWS Jeder nennt das NEWS, auf jedem anderen Kanal heisst es NEWS Bei mir wird es ab jetzt einfach heissen INFO WORK, Punkt Ich denke, damit können alle leben, weil ich habe keinen Bock darauf immer, dass es heisst nachher Oh, da ist schon wieder einer, der da steht und dann sagt, oh NEWS Ne, INFO WORK, warum? Es handelt sich ja um meinen YouTube Kanal Und dann kann ich eigentlich sagen, was bei mir los ist Darum WORK Also, als erstes Ihr seht, ich habe hier meine French Gliedwand Ich habe mein erstes Video darüber gemacht Und jetzt habe ich hier ein paar Halterungen gebaut Im nächsten Video werden wir besprechen, wie man solche Halterungen baut Was für einen das Beste ist Also, das ist jetzt Das habe ich so für mich gebaut Und ihr müsst dann selber schauen, ob es für euch in Frage kommt oder nicht Ich habe, ich werde im nächsten Video nicht einfach nur zeigen, hier diese habe ich gebaut und fertig Sondern wir werden zusammen noch andere bauen Etwas, was ich hier vorbereitet habe Das ist für diese Stemmeisen hier Da hatte ich mal einen diesen Klotz gemacht Ziemlich aber Amateurart Und ich möchte auch hier an der Wand Da habe ich hier schon mal etwas vorbereitet Diese wurden schon mit Leinenöl gemacht Dann habe ich Fasnenbohrer Ich habe hier Zapfenbohrer Lochsägenset Ich habe hier Bohrer mit Senka Ich habe Scharnierlochbohrer Ich habe eigentlich diverse Sachen hier Ich habe hier eine Magnetleiste Und mit diesen Also, ich möchte für das noch Halterungen bauen Und ich möchte mit der Magnetleiste eine Halterung bauen Zum Beispiel, ich weiss auch nicht genau für was Ich bin für die Pfeilen oder so Mal schauen Ja Das wäre mal das erste Nur als Info für das nächste Mal Was als Video kommen wird Dann habt ihr hier hinten sicher diese ganzen Rohre hier gesehen Das ist für meine Absauganlage Die wird jetzt noch hier verbaut Komplett hinten durch rundherum Davon wird es bestimmt noch ein Video geben Und zwar mache ich Da mache ich mehr Teile draus Und zwar möchte ich euch zeigen Die Absauganlage an und für sich Das ganze Rohrsystem Ich werde Vorne habe ich jetzt die neue Kreissäge noch bekommen Die wird dann dort noch eingepasst Da wird die Leitung bis da vorne gezogen Hier rundherum Das ich hier bei meiner Kippsäge was habe Und hier beim Hauptarbeitsplatz von mir Wo ich dann arbeiten möchte und so Das ich dort wie einen kleinen Anschluss haben kann Absaugautomatik habe ich auch Alten Sauger habe ich auch Nehmen wir auch noch voneinander Ja Die kleinen Teile für den Sauger habe ich auch alles dabei Ja Die Elektrik Die wir dann noch verlegen Seid mir nicht böse wenn ich euch nicht zeige Wie wir die Anschlüsse machen Wie man kript und allem drum und dran Das mache ich Aber wie ich dann anschließe Das möchte ich nicht zeigen Für das gibt es andere Kanäle Für das gibt es andere Fachleute Und die sollen dann das machen Wer sich da nicht sicher ist 100%ig sicher ist Im Thema Strom Nicht selber machen Ja Was hatten wir noch Ah ja mit der French Gliedwand Werden wir dann noch meine kleine Maschinenwand hier durchgehen Moment Tada Ja Meine News Waren jetzt eigentlich Ein ganz kurzes Video Ich habe keine Lust jetzt gerade am Anfang so viel zu reden Sondern ich möchte euch sagen was ich in Zukunft mit euch tun möchte Was ich euch zeigen möchte Und ich werde dann bestimmt noch diverse andere Sachen mit euch durchgehen Die Säge die ich bekommen habe Die wird umgebaut Die möchte ich umbauen für meinen Zwecke Anschläge und 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 da wird es dann auch noch ein Video geben Und ich habe alles schön notiert Dass ihr das alles wirklich schön sehen könnt Ja Und Wenn es euch gefällt Und ihr mehr von mir sehen wollt Dann lasst doch gerne mal ein Abo da Würde mich echt freuen Und wenn ihr etwas kommentieren möcht Dann Macht das doch unten Ich freue mich über jeden Kommentar Und Man sieht sich Go Work Swiss Das ist Untertitelung des ZDF, 2020